äh kurz revue ermittelt werden sollte wie sollte es anders sein die beliebteste fernsehkrimiserie und die auswahl wurde zu treffen unter den neuen bekanntesten fernsehserien dieses genres tatort der fahnder eric ein fall für zwei der alte soko 5113 wolfsrevier die auswahl der über hunderttausend stimmen war eigentlich fast so spannend wie die krimis selber als ich von dem ergebnis erfuhr wusste ich was zu tun war ja stefan du bist ja wie ist die bange bei ausgegangen da ist doch nicht so schlecht oder zweiter ja und wer hat die nase vorn ach ja gut mach ich schau ich mal vorbei ne ja 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 vap und du Ich habe gute Nachrichten für Sie. Colombo ist die beliebteste Krimiserie in Deutschland. Lieber Peter, für mich ist es eine Ehre und eine Freude zugleich, Ihnen im Namen von Millionen deutschen Fernsehzuschauern den Fernsehpreis Bambi 1993 bereiten zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Peter. Congratulations. Als Colombo würde ich jetzt sagen, ich wollte meine Frau wäre hier und könnte sehen, wie ich das hier überreicht bekomme. Übrigens, sie hätte auch gern ein Autogramm von Ihnen. Ihnen allen in Deutschland danke ich für die freundliche Aufnahme in Ihrem Land. Und natürlich für diesen Bambi. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020